was geht ab was geht kommen wir wieder zu einem neuen video kennt ihr diese menschen die euch ständig kritisieren müssen wenn ich jetzt sage kritisieren ich meine ich jetzt gute kritik oder sowas so denn ich stehe auf gute kritik ich mag gute kritik wenn mir jemand sagt so und so macht doch so und so das doch besser blablabla gute kritik ist cool darauf stehe ich auch wenn leute kommentare schreiben soll das wort heißt so das musst du so und so schreiben blablabla aber so wäre doch besser macht doch vielleicht so und so das ist gute kritik ja wenn mir leute ideen geben aber dann gibt es diese menschen die kritisieren dich weil sie neidisch auf dich sind die wollen unbedingt einen fehler in dir finden ja und ich sage euch auch ganz genau warum die das tun das ist warum sie immer ein fehler bei dir finden müssen ich sage euch ganz genau warum diese neidisch die müssen unbedingt einen fehler in dir finden die kommen mit den dümmsten kritiken da hast du mal beispielsweise eine sonnenbrille an oh zieh die sonnenbrille aus wie soll man einen ernst nehmen der eine sonnenbrille auf hat und denkst du es geht doch um die message es geht doch um die message so was was hat die sonnenbrille mit der message zu tun beispielsweise oder du ziehst dich das sind jetzt persönliche beispiele ja bei dir kann es was komplett anderes sein du ziehst irgendwie neuer style an ja irgendwie ein hemd an und was weiß ich zieh dich mal nicht so an und bla 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 was ist das problem lass doch ein mensch sein wie er sein will aber das können die nicht die müssen dich dann so dumm kritisieren müssen dann irgendwelche fehler in dir finden weil du in ihren augen dieser perfekte mensch bist und dann warten die nur darauf bis die irgendwie einen fehler finden bei dir und dann kommen die siehst du du bist nicht so perfekt ich hab deinen fehler gefunden hahaha guck mal du was weiß ich du bohrst in der nase ich bin auch nur ein mensch ja ich bin auch nur ein mensch beispielsweise ist vielleicht ein dummes beispiel aber wisst ihr was ich meine das ist so lächerlich so lächerlich die können dich nicht einfach sein lassen gehen lassen leben lassen können die nicht die müssen dann die ganze zeit dich kritisieren oh warum hast du die haare so aber so stehen dir die haare gar nicht und denkst dir was was interessiert dich das was interessiert dich das wie ich meine haare habe beispielsweise und komm mit der dümmsten kritik die dir nichts bringt diese kritik bringt dir ja nichts die kritisieren dich und diese kritik die 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 bringen die bringt dir ja nichts so die kommen nicht mal mit neuen ideen die kommen einfach nur mit dummer kritik das meine ich einfach und das hasse ich wenn menschen einfach mit dummer kritik kommt du weißt ganz genau es ist nicht aus einer reinen quelle es ist aus hass aus zorn aus bitterkeit aus verzweiflung aus frust aus neid und sowas ja und meistens ist es neid die sind neidig auf dich die sind neidig auf dich weil die diesen perfekten menschen da sehen in ihren augen ja und die können das einfach jetzt nicht wahrhaben dass du so gut bist und sonst was manche die sind auch gekommen und sagen so ja sei nicht immer so gut bla 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 und denkst dir was für sei nicht immer so gut was für sei nicht immer so gut ich bin so weil ich so sein will weil ich selbst so behandelt werden will und die kommen dann kritisieren dich mit den dümmsten kritiken sei nicht immer so gut sei nicht so offen sei nicht so dies sei nicht so das und denkst dir hey lass mich doch sein wie ich will wenn ich so sein will will ich so sein die kommen ja nicht wie gesagt die kommen ja nicht mal mit ideen wie du das ganze verändern kannst sie kommen einfach nur mit dummer kritik weil sie in dir diesen perfekten menschen sehen sie kritisieren dich die ganze zeit weil du in ihren augen perfekt bist und deshalb müssen sie einen fehler in dir finden dann beispielsweise ziehst du mal eine sonnenbrille an oh siehst du du bist ein lügner dich kann man nicht ernst nehmen weil du verdeckst deine augen und bla 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 und denkst dir hey vielleicht scheint die sonne vielleicht wurde ich geblendet vielleicht will ich einfach gerade nicht meine augen zeigen und sonst irgendwas ist ganz normal jeden tag ich mache hier den show up und zeige hier meine fresse und alles und irgendwann hast du einfach keinen bock immer deine dein gesicht so zu zeigen und sonst irgendwas willst einfach mal style changen und sonst was und dann kommen die hater und schreiben irgendwelche dummen kommentar warten nur darauf warten nur auf diesen moment dann denkst du dir hey es geht doch gar nicht um das hier da ist doch diese message hör doch dieser message zu aber die berufen sich dann auf den kleinsten kleinigkeiten weil die unbedingt einen fehler finden müssen weil die unbedingt hier eine kritik abgeben müssen anstatt mal zuzuhören um was es geht in diesem video berufen die sich auf dem kleinsten bullshit hier du hast jetzt sonnenbrille an hier nicht die sonnenbrille an hier du hast den hemd offen du musst immer deinen körper zeigen gell du hast irgendwelche komplexe und bla 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 es ist einfach nur heiß und ich mag dieses hemd was ein hawai hemd was dafür da dass man das offen trägt weil es geil ist so lange kommen die oh ich muss immer deinen körper zeigen oh ich hatte mal sonnenbrille an wie soll man dich ernst nehmen wenn du sonnenbrille an du denkst dir halt es geht doch um die message hör doch einfach der message zu aber die warten dann anstatt mal eine gute kritik abzugeben oder sonst irgendwas kommen die dann mit ihrer negativen stimmung dann mit ihren negativen vibes kommen die dann und versprühen diese negativität und du denkst dir so dann geh doch aber das tun die nicht das tun die gehen dann nicht einfach so die bleiben dann da und kommentieren dann irgendwas dummes und sonst irgendwas und denkst dir einfach nur hey dann geh auch hin real life ja du denkst dir hey wenn du mich doch nicht riechen kannst wenn du mich doch nicht leiden kannst dann geh doch dann geh doch aber die bleiben die bleiben weil sie neidisch auf dich sind und die neidischsten menschen wollen dir am nahesten stehen die wollen ganz nah bei dir sein weil die dich zerstören wollen so neidisch sind deswegen pass auf bei diesen bei diesen creeps pass auf bei diesen menschen die dann ständig kommen die ständig kritisieren die ständig runter machen ständig irgendwelche fehler in dir finden müssen siehst du hast du dich jetzt verplappert das sagt man aber nicht so das sagt man so so redet man aber nicht aber das macht man so aber so ziehst du dir aber nicht die schuhe an so ziehst du dir aber nicht das hemd an du machst erst so und dann so und dann so und denkst dir alter hast du nicht größere probleme als das wie ich mein hemd anziehe wie ich mein hemd zu knöpfe wie ich meine haare binde wie ich was weiß ich meine schuhe schnüre oder sonst immer hast du nicht größere probleme hast du nicht größere das denkt man sich dann in diesen situation so hast du nicht größere probleme habe ich nicht größere probleme denkst du nicht ich habe größere probleme als deine kleinigkeiten hier und wenn dir nicht gefällt was du siehst dann geh doch aber das tun die nicht die bleiben dran und versprühen weiterhin ihre negativität leute auf der arbeit ja du arbeitest tust dein ding ja und die kommen warum arbeitest du so mach doch erst das hier und dann das hier und ist eigentlich komplett egal ob du zuerst das hier und dann das hier machst weil du machst erst das hier und dann das hier und dann machst du die zusammen und dann ist das ding ganz aber die kommen dann, warum machst du das so, mach nur erst das, dann das, dann da 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 da. Du denkst dir, Alter, was macht das für einen Unterschied? So oft hatte ich solche Situationen und ich denke mir, was macht das für einen Unterschied? Die wollen dich einfach nur confusen, die wollen dich einfach durcheinander bringen. Weil die sehen, du beherrschst dein Handwerk, du machst das, was du machst und du bist gut darin. Und die sehen diesen, wie ich gesagt habe, die sehen diesen perfekten Creature, diesen perfekten Menschen da. In ihren Augen, du bist so perfekt. Und deswegen müssen sie dich kritisieren, damit sie einen Fehler finden bei dir. Damit sie sich selbst besser fühlen. Damit die denken, oh, wir sind auf dem selben Level, weil du bist ja auch so miserabel wie ich. So, nein, nein, überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Wir sind nicht dasselbe, aber die kommen dann, ey, warum arbeitest du so, arbeitest du so, mach doch dies, mach doch das. Ja, Leute in der Schule vielleicht, keine Ahnung, schreib nicht so, dann schreib so, mach dies, mach das, mach das zuerst und dann das. Und denkst dir, was macht das für einen Unterschied, wenn ich zuerst das mache, dann das mache, oder zuerst das mache und dann das mache. Es macht keinen Unterschied. Muss doch alles fertig werden. Also, ob ich von links nach rechts oder von rechts nach links, es macht keinen Unterschied. Aber die kommen und wollen dich kontrollieren. Es sind Kontrollfreaks. Es sind Kontrollfreaks, die so sind. Die ständig irgendwelche dummen Kritiken abgeben, damit du irgendwas wirst, was du eigentlich nicht sein willst. Weil das wollen die aus dir machen. Die wollen aus dir etwas machen, was du niemals sein wolltest. So, die kommen dann, kritisieren dich, sagen zu ihr, red nicht so, lauf nicht so, mach nicht dies, mach nicht das. Und du denkst dir, Alter, lass mich doch einfach in Ruhe. Lass mich doch einfach in Ruhe sein. Aber das können die nicht. Weil, wie gesagt, in denen in ihren Augen, du bist dieser perfekte Mensch. Und sie können das und wollen das einfach nicht wahrhaben. Deswegen kommen sie dann mit Kritik, damit sie sich selbst besser fühlen. Wie gesagt, sie kritisieren dich die ganze Zeit, weil du in ihren Augen perfekt bist. Und deshalb müssen sie einen Fehler in dir finden. Damit sie sich einreden können, dass du ja doch nicht so perfekt bist. Dass sie auf demselben Level sind wie du. Damit sie sich selbst besser fühlen. Deshalb machen sie das. Nur damit sie sich selbst besser fühlen. Damit die denken, dass die auf demselben Level sind wie du. Dass du ja doch nicht so perfekt bist. Und doch nicht so fehlerfrei bist. Niemand ist fehlerfrei. Aber es gibt einfach Menschen, die beherrschen ihr Handwerk einfach besser als manche andere. Und dann bist du irgendwo auf der Arbeit beispielsweise. Ich finde das ein gutes Beispiel. Du bist irgendwo auf der Arbeit beispielsweise. Machst dein Handwerk richtig gut. Und dann kommen. Dann kommen die Leute. Äh, warum machst du so? Äh, warum arbeitest du so? Äh, denkst dir so, du bist hier so perfekt. Äh, spiel dich mal nicht so auf. Ja? Und wie oft hatte ich sowas? Wie oft hatte ich sowas? Dass die Leute irgendwie so sagen, naja, spiel dich mal nicht so auf. Pump dich mal nicht so auf. Du, 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 du. Du machst irgendwie jetzt Bodybuilding. Machst irgendwie Fitness. Oder sonst irgendwas. Beispielsweise, ja? Und die Leute, typisch entstanden. Ja? Die kommen dann und sagen, ah, pump dich mal nicht so auf. Du bist einfach breiter, ja? Hast ein paar Muskeln. Und du läufst ganz normal. Hast Muskeln, läufst ganz normal. Ja, pump dich mal nicht so auf. Pump dich mal nicht so auf. Und du denkst dir, was für pump? Ich lauf ganz normal. Pump dich mal nicht so auf. Pump dich mal nicht so auf. So, ey. Lass mich doch einfach sein. Ich sag dir doch auch nicht, lauf nicht wie Glöckner von Notre Dame. So, lauf gerade. So, es ist mir auch egal, wie du läufst. Aber die gucken, die studieren dich. Die gucken dich an. Die kritisieren dich. Die gucken dich mit ihren kritischen Augen an. Und sonst was. Scannen dich ab und sowas. Wollen unbedingt einen Fehler in dir finden. Deswegen, Leute, da weißt du eh schon. Du machst alles richtig. Wenn Leute kommen aus dem Nix und geben dir irgendwelche dummen Kritiken ab. Richtig dumme Kritiken. Ich hatte jetzt vielleicht nicht perfekte, perfekte Beispiele. Aber ich denke, das mit der Arbeit sollte euch die Augen öffnen, was ich meine damit. Das mit der Arbeit beispielsweise. Sie kommen und kritisieren dich ständig. Können dich nicht einfach mal sein lassen. So, hier darfst du aber nicht hin. Aber das darfst du nicht machen. Und du weißt ganz genau, hey, natürlich darf ich das. Und die kommen und wollen dich hier irgendwie manipulieren. Wollen dich einfach kontrollieren und sowas die ganze Zeit. Und so. Weil sie in dir diesen fehlerfreien, kompletten, ganzen Menschen sehen. Ja? So. Manche kommen sogar und sagen, wie kannst du nur so gut sein? Wie kannst du nur so ruhig sein? Und du weißt ganz genau, die sind eigentlich auf dich. Gell, du bist auch immer so ruhig. Gell, du hast dich auch immer unterkontakt. Und du denkst dir, I try. Ich versuch mein, so Kritiken hatte ich auch schon. Solche Aussagen hatte ich auch schon sehr oft. Du bist aber auch immer ruhig, gell. Du bist aber auch immer hier in Selbstkontrolle, gell. Du machst hier auch, wie als hättest du dich so komplett selbst unter Kontrolle. Und du denkst dir, ich mach nicht so, ich bin so. Ich hab mich selbst unter Kontrolle, ja. und die kommen, sind neidisch. Ja, aber niemand kann sich 24-7 selbst unter Kontrolle haben. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, siehst du, siehst du, du bist noch nicht so perfekt. So und du denkst, wer hat jemals gesagt, dass ich perfekt bin? Wer hat jemals gesagt, dass ich perfekt bin? Ich habe niemals gesagt, dass ich perfekt bin. Aber die stellen diese Behauptungen, weil du in ihren Augen, es dreht sich nur um die, du bist in ihren Augen perfekt. Du läufst nicht darum und sagst, ich bin perfekt, ich bin fehlerfrei. Nein, aber deine Art und Weise ist es, die dich so fehlerfrei und perfekt aussehen lässt, weil du dich selbst unter Kontrolle hast. Du kennst dich selbst, du liebst dich selbst, hast deinen Selbstwert, hast deine Werte, deine Träume, deine Ziele, deine Standards, beherrschst dein Handwerk und dann kommen diese Kritiken, weil die Leute neidisch sind auf solche Leute, die sich selbst beherrschen können, die wissen, wer sie sind, die Selbstliebe haben, Selbstachtung haben, Standards haben, Träume und Ziele haben, wissen, wohin sie gehen. Dann kommst du irgendwo hin, neu auf die Arbeit, machst dein Ding, bist ruhig, ziehst deine Arbeit durch, kommst rein, gehst raus, kommst rein, gehst raus, machst dein Ding und dann kommen diese Menschen. Aber da darfst du nicht reingehen und da geht jeder rein. Durch diese Tür geht jeder rein und die Leute kommen zu dir und sagen dir, dass du da nicht rein darfst. Wie oft hattest du sowas? Da ist irgendwie eine Eingangstür und jeder Idiot geht durch diese Tür und dann kommt irgendeiner, weil er neidisch auf dich ist und sagt, du darfst aber nicht dadurch. Was? Nur damit die dir das Gefühl geben können, dass du nicht dazugehörst, dass du nicht so cool bist wie die, weil die neidisch auf dich sind. So, jeder öffnet so das Fenster auf der Arbeit und sowas und dann kommt irgendeiner zu dir und sagt, du darfst aber nicht das Fenster öffnen. Das hier ist Vorschrift und Brandschutz und was weiß ich für ein Bullshit. Die kommen und dann, öh, aber du darfst das nicht. Und jeder vorher, du hast gesehen, jeder andere hat es getan. Sogar der Typ, der zu dir kommt. Du kommst vielleicht sogar noch zu dem und sagst, ey, das hast du doch getan auch. Ja, aber du darfst das nicht. Und denkst dir, what? Nur weil die neidisch sind. Ich hatte das so oft, letzte richtige Arbeitsstelle, wo ich war, da war so jemand, der ist auch irgendwie zu spät gekommen immer. Oder oftmals ist er zu spät gekommen, hat seine, ich will jetzt gerade was sagen, aber ich darf es nicht sagen, hat immer gefaulenzt. Sagen wir es einfach so. Er hat viel gefaulenzt, ist viel da rumgelaufen, hat sich viel beschwert und sonst irgendwas. Und manchmal bin ich dann ein bisschen zu spät gekommen, ja, und hab einfach mein Ding dann direkt gemacht und sowas. Aber die haben mich halt unbedingt gebraucht auf dieser Arbeitsstelle, so weil die unbedingt so einen Arbeitnehmer gebraucht haben für diese Stelle da, wo ich gemacht habe. Und so. Und er hat sich immer über mich beschwert. Immer über die kleinsten Kleinigkeiten. Ja, findest du das? Ist dann zum Schichtleiter gegangen. Ja, findest du das richtig, dass der hier das so macht? Und wir sind hier ja nicht irgendwie, wie hat der gesagt? So irgendwie, dass jeder machen kann, was er will. Wir sind ja nicht hier im Zirkus oder so. Was weiß ich, was der für ein Bullshit von sich gegeben hat. War einfach neidisch auf mich. War einfach neidisch auf mich. So, ja, hat selbst, hat selbst das gemacht, was ich gemacht habe, ja, und hat sich dann selbst darüber beschwert, dass ich das mache. So sind diese Menschen. Die hassen sich selbst. Deswegen nimm es nicht ernst. Nimm es nicht ernst ihre komischen Kritiken. So, die geben dir Kritik und du weißt ganz genau, ey, du machst doch genau dasselbe. Du machst doch genau dasselbe wie ich. So, das darfst du nicht. Und denkst dir, dann dürftest du es aber auch nicht. Soll ich dich mal filmen, wie du das auch machst? Das müsstest du mal machen. Sollst du mal filmen. Dann würden die selbst sogar noch sagen, ja, aber das ist weil ich bin hier länger und... Komm, ist gut. Ist gut, ja. Komm, komm, hast recht, kleiner Decepticon. Hast recht, komm, 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 ist gut, kleiner Bot. Komm, ist gut, du NPC. Komm. Hate me, hate me, hate me, hate me. Komm. I love me. You can hate me. I love myself. So musst du sein, ganz ehrlich. Lieb dich selbst. Wenn die kommen mit diesen dummen Kritiken und sonst irgendwas. Und das bringt dich ja nicht weiter. Ich meine jetzt Kritik, wie gesagt, die dich überhaupt nicht weiterbringt. Da weißt du ganz genau, diese Menschen sind neidisch auf dich. Und alles, was ich vorgelesen habe, ist wahr. Die machen das, weil sie in dir diesen perfekten Menschen sehen. Und die können es einfach nicht wahrhaben. So, ich hatte sogar andere Dinge. Ja, war so eine Dame, sag ich jetzt mal. Und da habe ich auch gemerkt, so, die konnte es nicht fassen, dass beispielsweise meine Haut so rein ist. Da ist die auch gekommen. Oh, du hast aber auch Muttermähle. Und ich denke mir, ja, ist normal. Ich habe Muttermähle. Ja, ja, ich habe gedacht, du hättest hier so eine reine Haut, aber ich sehe, du hast ja auch viele Muttermähle. Und du denkst dir ja, und jetzt? Weil die denken, dass du perfekt bist, dass du eine perfekte Person bist, die perfekte Haut, einen perfekten Körper oder sonst irgendwas. Und die studieren dich, gucken ganz genau. Oh, du hast aber hier auch ein Hohlkreuz, aber du hast ja auch Muttermähle, aber du hast ja auch Pickel und sonst irgendwas. Und du denkst dir, was ist das für eine dumme Äußerung? Weil ich hasse sowas. Ich hasse solche Äußerungen, die keinem etwas bringen. Sag mir was zu meiner, was weiß ich, Persönlichkeit, was ich daran verändern kann. Sag mir was zu meiner Denkweise. Sag mir was zu meinem Mindset. Sag mir was zu meinem Style oder sonst irgendwas, wie ich meinen Style improveen kann und nicht, zieh aber das nicht an. So meine ich das nicht. Ich meine jetzt, ey, ich sehe, hast jetzt hier deinen Style, hey, probier doch vielleicht so und sowas mal an. Das meine ich, das ist gute Kritik. Wenn dir jemand Ideen gibt und nicht so, zieh nicht das an, zieh nicht dies an, keine Sonnenbrille, blablabla, das ist Bullshit. Ich meine jetzt wirklich Leute, die kommen, das ist geile Kritik. Ich liebe sowas. Wenn die Leute kommen und sagen, hey, denk doch nicht so, denk doch so. Hey, mach doch nicht so. Mach doch so. Mach doch so. Nicht so, ey, warum machst du das? Hör auf, so zu machen. Man macht das aber richtig so und so und so. Es ist immer, der Ton macht die Musik. Ich meine jetzt, ich hoffe, ihr versteht mich. Ich meine jetzt auf der Arbeit beispielsweise, wie ich das gesagt habe, wenn die dann kommen, ey, warum arbeitest du so? Mach doch zuerst so und dann so. Aber so geht das nicht und blablabla. Du weißt ganz genau, ey, es ist eigentlich komplett egal, wie man es macht. Hauptsache, man macht es. Es macht absolut keinen Unterschied. Aber wenn die kommen würden und sagen, ey, warum machst du so? Dann erklärst du dich und sagst, ja, weil so und so und so. Ah ja, findest du nicht, es wäre besser, wenn es so und so und so ist? Ah okay, probiere ich mal. Der Ton macht die Musik, aber das beherrschen die nicht. Die sind neidisch und ihr Neid kommt raus in ihrer Stimme. Die kommen dann und mit ihrem Kontrollwahn, mit ihrem Kontrollfreak, internen Kontrollfreak kommt dann raus und sowas. Ihr innerer Kontrollfreak kommt dann raus und du kannst es einfach dann nicht ernst nehmen, weil du ganz genau hörst schon, dass es aus Hass und aus Neid und aus Zorn und Missgunst kommt, diese Aussagen. Und dann blendest du automatisch schon ab. So aus. Und blendest du automatisch schon diese Kritik aus. So, ja, ja, alles gut. Und dann machst du trotzdem dein Ding weiter. Aber wären die mal ein bisschen empathisch und würden ein bisschen mal nachdenken. So, okay, so, wie kann ich jetzt ne Kritik abgeben, dass mein Gegenüber sie auch gut aufnehmen kann? Okay, ich muss jetzt achten, wie ich rede. Ich rede nicht von oben herab, weil so sind die dann. Die reden von oben herab, weil die ja denken, dass die was Besseres sind. Und dann kommst du dahin und dann zeigst du denen aber, dass du besser bist. Einfach nur, weil du dein Handwerk beherrschst, dass du es drauf hast einfach. Und es geht nicht mal darum, dass wir besser sein wollen oder sonst irgendwas. Aber manchmal, es gibt einfach Menschen, die sind besser und die sind schlechter. Das ist ganz normal. Es gibt Menschen, die arbeiten besser in dieser Sache und dann gibt es Menschen, die arbeiten weniger gut in dieser Sache. Das ist halt besser und schlechter, ist doch normal. Hat man doch überall diese Arbeitskollegen, die kriegen gar nichts gebacken. Und dann gibt es hier den, der ist Überfliege. Und du gehst dahin, kommst neu dahin, machst das Ding, beherrschst das, ziehst durch, bumm. Und dann kommen immer irgendwelche, die neidisch sind. Wie kann der das so schnell beherrschen? Der denkt jetzt auch, der ist so perfekt. Lass mich mal dahin gehen und von oben herab mit dem reden, dass ich das Gefühl jetzt habe, ich bin besser als der. So sind diese Menschen. Deswegen, das war jetzt einfach mal eine Aufklärung, warum Menschen die ganze Zeit zu dir kommen und dich kritisieren müssen. Und dich von oben herab behandeln müssen. Damit sie sich besser fühlen, damit sie weiterhin das Gefühl haben, dass sie über dir stehen. Obwohl du über ihnen stehst, weil du besser in diesem Handwerk da bist, beispielsweise besser in dieser Sache da bist, besser aussiehst oder sonst irgendwas. Sport ist Mord. Pluster dich mal nicht so auf. Pump dich mal nicht so auf. Wie oft habe ich so ein Bullshit gehört? Ich so, ey. Ich pump mich nicht auf. Ich pluster mich nicht auf. Ich bin einfach nur fit und habe diesen Körper. Sorry. Dann kam er. Oh ja. Denkt jetzt auch, du bist so. Und behandeln dich von oben herab. Behandeln dich wie ein Witz. Wie als wärst du ein Witz. Sport ist Mord. Du hast Muskelkater. Warum ernährst du dich so? Das ist auch sowas. Ich könnte das Video jetzt stundenlang machen. Die kommen dann. Die fressen die ganze Zeit nur irgendein Bullshit. Du bist dann in der Pause. Isst deine Beeren, dein Obst, dein Gemüse, dein gesundes Essen und sowas. Und die kommen dann. Du bist jetzt auch hier auf Öko oder was? Warum bist du so gesund? Ess doch mal sowas. Und denkst dir, ey, lass mich doch essen wie ich will. Lass mich doch essen wie ich will. Lass mich doch einfach essen wie ich will. Und dann auf einmal, auf einmal, du bringst mal einen Schokoriegel mit. Und dann kommen die. Das ist ein perfektes Beispiel. Hoffentlich versteht ihr das Thema jetzt. Dann kommst du mal mit einem Schokoriegel um die Ecke und isst diesen Snickers oder sonstwas. Dann kommen die direkt. Die sehen dich jedes Mal. Du isst dein gesundes Essen und sonstwas. Auf einmal hast du mal Cheat Day, ess mal diesen Schokoriegel. Oder hast einfach Bock auf diesen Schokoriegel. Ey, ey. Dann kommst du um die Ecke, gehst auf die Arbeit, isst deinen Schokoriegel. Und dann kommen die direkt. Oh, Schokoriegel. Nicht mehr gesunde Ernährung. Und auf einmal kommen die. Jeder andere. Da interessiert sich keiner dafür. Aber zu dir kommen die dann. Oh, Schokoriegel. Oh, du wirst jetzt aber fett. Musst du nicht aufpassen auf deine Ernährung. Machst du keinen Sport mehr oder was? Und dann kommen die direkt. Weil die direkt einen Fehler in dir finden müssen. Die kommen dann. Oh, Schokoriegel. Oh, keine gesunde Ernährung mehr. Hä? Ernährst du dich jetzt nicht mehr gut? Wo ist denn dein gesundes Essen? Wo ist denn dein gesundes Essen? Du denkst dir. Hier. Und dann sind die auf einmal still. Hier, ich esse trotzdem gesund. Dann sind die auf einmal wieder still. Diese gehässigen, missgünstigen. Es ist lächerlich. Die können dich nicht einfach sein lassen. Die meisten Menschen in dieser Gesellschaft, gerade irgendwo auf der Arbeit und sonst was, sind missgünstig. Ich will, dass ihr das wisst. Deswegen mache ich jetzt dieses Video. Es ist kein Hate Speech oder kein Hassverbreitungsvideo. Nein, es ist einfach die pure Wahrheit. Ich will, dass ihr wisst, die meisten gönnen einem nicht. Die meisten wollen dich nicht oben sehen. Die meisten wollen dich nicht gewinnen sehen. Die meisten wollen dich nicht gesund sehen. Die meisten wollen dich nicht glücklich sehen. Dann sehen sie dich. Du bist all das. Und dann warten die auf einen Tag, wo du mal vielleicht nicht so glücklich bist. Dann kommen die. Oh, hast du auch mal einen schlechten Tag? Oh, ich hätte gedacht, du hast keine schlechten Tage. Weil du vorher auch immer so gesagt hast, ich habe keine schlechten Tage. Ich nehme die Tage so, wie sie sind. Ich mache das Beste aus jedem Tag. Und auf einmal kommen die dann. Hast du mal einen schlechten Tag? Ja, vielleicht dein Opa ist gestorben. Was ja ganz normales. Und dann kommen die auf einmal. So sind die nämlich. Dann kommen die auf einmal. Du hast diesen schlechten Tag. Und dann kommen die. Oh, hast du jetzt auch mal einen schlechten Tag? Oh, hast du auch mal Gefühle? Und du denkst dir. Ey. Ey. Wie sehr kann man unter die Gürtellinie kommen? Ganz ehrlich. Die steigern sich richtig da rein. Richtig asozial. Die steigern sich so hart da rein. Sobald du mal einen schlechten Tag hast. Oder du bist die ganze Zeit so, so, so. Auf einmal bist du mal ein bisschen anders. Dann kommt die. Oh, hast du dich jetzt verstanden? Bist du nicht mehr so? Denkst du nicht mehr so? Machst du nicht mehr diesmal? Nicht mehr da. Weil die ganz genau Augen auf dich haben. Die haben ganz genau die Augen auf dich gerichtet. Und gucken dir ganz genau zu. Ganz kritisch gucken dir zu. Und warten nur, bis du mal ausrutschst. Bis du mal einen Fehler machst. Dann kommen die direkt aus dem Nichts. Juh. Einmal kommen die direkt. Ah, siehst du? Du hast einen Fehler gemacht. Hahaha. Du hast einen Fehler gemacht. Guck, guck, guck. Dann zeigen die mit dem Finger auf dich. Du denkst dir, ja, und jetzt? So, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, dass du herausgefunden hast, dass ich nicht fehlerfrei bin. Und jetzt? Was willst du mir jetzt damit sagen? Leute, nehmt diese Clowns nicht ernst. Verstellt euch nicht für keinen. Bleibt so wie ihr seid. Werdet die beste Version eurer selbst. Wer damit nicht klarkommt. Ey. Ey. Zwingt sie dazu, dass sie damit klarkommen müssen. Seid die laufende Wahrheit in Person. Ganz ehrlich. Make them mad. Make the haters mad. Wem das Ganze hier nicht gefällt, geh doch. Geh doch. Schalt ab. Mach dein Abonnement weg. Ich brauch dich nicht, du Hater. Brauche ich nicht. Diese dummen Hate-Kommentare und sonst irgendwas. Brauche ich überhaupt gar nicht. Dumme Kritik hat hier nichts zu suchen. Entweder gibst du eine gute Kritik ab, von der ich lernen kann. Oder sei still und geh in die Ecke. Und schäm dich. So. Ey. Ich hasse nichts mehr, als wenn Menschen kommen mit ihrer dummen Kritik, die keinem etwas bringt. So. Hauptsache es bringt ihnen was. Ihrem Selbstwertgefühl. Ihrem Ego. Dass die sich selbst besser fühlen. Deswegen machen die das. Es geht nur um die. Das. Ich will, dass ihr das wisst. Es geht nur um die. Es dreht sich nicht um dich. Es dreht sich um die. Die machen das, damit die sich selbst besser fühlen. Das war die Message jetzt. Ich hoffe, ihr habt das Video genossen. So. Das war die Message. Die machen das nur für sich. Nimm es nicht ernst. Verstell dich nicht. Und werde irgendwas, was du nicht werden willst. Nur für irgendwelche Penner. Die dich verändern wollen. Und dich zu etwas machen wollen, das du eigentlich nicht bist. Nein. Werde die beste Version deiner selbst. In diesem Sinn. Ich wünsche euch nur das Beste. Peace out. Stay blessed. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out.